Die Stirnbehandlung oder das Stirndesign ist eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier bei Mann, aber auch bei Frau durchführen und damit hier ein perfektes Ergebnis hinbekommen. Zunächst wird erstmal desinfiziert und dann dafür nutzen wir Octanisep, das ist ein spezielles Mittel. Und dann wird das Ganze mit feinen, invisiblen Nadeln, die jetzt in der Vergrößerung natürlich hier deutlich sichtbar sind, aber die in Natura deutlich, deutlich feiner sind. Die Patienten spüren kaum Schmerzen oder gar nichts, höchstens vielleicht so ein kleines Zucken. Und dann ist die Behandlung bereits auch schon so weit, dass man es abschließen kann und dann hat man, denke ich, nach 14 Tagen ein perfektes Ergebnis.